Hallo und einen wunderschönen guten Tag hier vom Reitstall. Ich melde mich aus Neuss, denn am 25.8. geht eines der größten Schützenfeste der Welt an den Start. Bis zum Dienstag, den 28.8. habt ihr dann die Möglichkeit, hier auf dem Festplatz in Neuss ein bisschen Kürmisch zu machen. Es sind ein paar coole Fahrgeschäfte da, unter anderem der Voodoo Jumper oder auch The Beast, aber das schauen wir uns jetzt am besten mal zusammen an. Bis zum nächsten Mal! bis zum nächsten Mal! behave bis zum nächsten Mal! er beim Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020